Hallöchen und willkommen zu dem 15 Park von Angry Video Game Nerds. Yeah, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Aha. Ah ja, stimmt. Jetzt bleiben nur noch diese Kack-Stages übrig. Ähm. Aber diese Tops hier, voll und ganz. Die anderen zwei sind einfach bloß nur noch krass schwer. Ja, und die ist absolut kacke. So. Was war denn als nächstes? Vielleicht kann man ein bisschen einstellen. Das hättest du früher machen sollen, Seerats. Und professionell. Du let's playst schon fast ein Jahr. Und... Und du bist so unprofessionell wie ein Kindergartenkind. Yeah. Mein Kabel nervt wieder. Mein Kabel nervt immer. Jetzt schmeißt es meine Ohr um. Komm alles auch gleich mal so. So. Ich hoffe, dass diese Konstruktion doch dieses LP lang überdauert. Na ja. Ich starte noch einen Versuch, weil... Ich habe mir in den Aufnahmen angesehen. Und ich habe eine Theorie. Weil ich habe anscheinend da ein Fehlerchen gemacht. Beim Bekämpfen... Nein. Diese Art... Diese. Ectoplasm Boys wie sie lieben wollen. Mein Mikrofon ist an. Oh, Seerats. Du bist... geil. Okay. Okay. Da ist ein... ja gleich sterben jetzt sterben mit meinen kleinen Fingern das tut ja wir haben alle Wüppel Alter wie ich dieses Spielbewusst habe da hat jemand Arsch das genau ist egal da hat genau jemand das Wort Arsch oder nein nichts es ist scheiße mann lass das oh Gott stürm ha getrollt und ich bin fast tot oh Gott habe ich auch fast vergessen lalalalalala du gehst erstmal verrecken und ich meine Nase kratzen wow der verträgt ja wirklich nichts yeah nicht runterfallen Seracs das hat einen guten Appetit mal hier die Vögel ich vögle auch was gleich so oh Gott das sieht so gut aus jetzt kein Mist bauen Seracs ja 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 stimmt ja ich hab's ich hab's vergessen dass man damit weniger Leben anfängt aber danke ich mag dich auch dich noch viel mehr ja ja da schlägt mich doch gleich mit eurer Vogelskreise gefällt mir gefällt mir gefällt mir ja ich krieg braunen Schneeball in die Eier stimme ich dir auch gerne zu ja darauf die Welt anzuschalten ja auch so scheiße drauf zu sein mein Gott das da haben meine meine Regel die die Stach da wie geht so richtig heute euer Monat wieder er hat mich totgeschüttet so viel Zeit geht ganz schön obwohl sie sein ich ja immer die sterben mann es weiß immer überhaupt nicht doch will deutlich erst getroffen werden und dann die flasche einnehmen anstatt andersrums iraq so so nein nein knauze ja scheiß mich doch gleich an so stimmt wenn ich da runter gehe sterbe ich doch so jetzt nicht den gleichen viel ich sag dazu gar nicht mehr scheiße alles scheiße mann die sterben schneemann mein fuß das ist eine richtig blöde zeit gerade das bei vielleicht das timing jetzt sucht meine nase auch noch weil ich das wort zu tun gesagt habe habe ich gleich ein jucken in meiner faust wenn ich noch mal runter fallen sollte nein wir wollen doch heute mal vorankommen ich 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 ja scheiß mich tot hab Freude dran wenn es dir spaß macht wenn es dich geil macht ja ich hab ich schüttel einfach dazu einfach nur noch den Kopf das ist kack ich hab nicht einmal eine zweite Silbe verdient so so die Kohl Prozent Troll der Pakt war wohl fünf der der so eine Fresse in der Rack die Kitzel zu langsam ist gilt sagt das Stabli nächsten fünf Sekunden Oh ja, irgendwie die Game Nerd hat Freude, den Stückefinger zu zeigen. Gut, du machst Suizid. Finde ich wirklich sehr angenehm. Schneeball in die Eier will ich jetzt nicht kriegen. Vorsicht, Sirax! Warm! Oh mein Gott. Und nein, ich bin nicht so lebswüde und... Hol mir das Leben da drüben. Dann nehme ich mir das Leben. Ah, du bist lustig, Sirax. Ich möchte da lang. Oh Gott. Oh Gott. Ah, lass mal raten. Wer ist das hier? Lustiges. Wo geht's da eigentlich lang? Ja. Ahahahahaha. Wo geht das Leben? Oh, meine... Oh Gott, meine Nase. Ein Brennen in der Nase. Was zum Teufel? Will das Leben? Oh Gott, meine Nase. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, das bitte in der Aufnahme. Oh. Jetzt konnte ich nicht trennen. Nein, so komme ich da nicht lang. Und ich denke, mit Spring, so komme ich auch nicht lang. Da komme ich auch nicht weit. Oh ja, ziehen wir die Nase weiter hoch. Ist überhaupt nicht ekelhaft. Aua! Ja, ich kratze mich mal. Vor allem, wie komme ich denn da hin? Äh! Ekelhaft! Äh, nein. Ja, ich konnte es nicht verhindern. Du bist aber lustig, Spiel. Nein, da wollen wir nicht lang. Gib mir das Bier. Gib mir sofort das Bier. Das soll nicht lebensmüde sein. Gedruhlt. Okay, wir sind nicht mehr lebensmüde. Nein, nein, nein. Das machen wir auf keinen Fall nochmal. Was? Habe ich irgendwas verpasst? Ja, ich habe irgendwas verpasst. Ich bin gerade gestorben. Alter, nimm doch zuerst mal. Schaden, bevor du diese Kackpulle nimmst. Vor allem kriege ich jetzt noch das Leben, oder ist es wie das andere? Nö, das Leben ist da eigentlich schon. Aber der Gegner besetzt ist. Ach, wir setzen. Ich möchte da lang. Sagt dir der Typ und stopp. Okay. Lassen wir diesen Kuh. Muss der kommen? Obwohl. Pass auf, das Feuer auf! Weil, warum sind die auf Flammenwerfer außen? Warum kommen die aus dem Boden? Oh, meine Eier. Boah. Ja, ja. Ich renne einfach weiter gegen die Wand. Alter, fick dich! Ich muss da runter. Nein, ich muss da nicht runter. Ich will da auch nicht mehr runter. Ach so, ja. Stimmt. Was ist denn da vorne eigentlich? Will ich jetzt wissen. Du hast super gemacht, Xerax. Und du willst dieses Spiel durchspielen. Lass dich nicht lachen. Alter! Warum habe ich den nicht getroffen? Vor allem, wo bin ich jetzt? Vorsicht, Xerax. Die können durch die Wände scheißen. Ach so, ich bin hier wieder. Äh. Xerax, dumm. Ist super. Alter, ich kriege immer den Schneeball in die Eier. Von dem. Alter. Und vor allem, hier ist es überall rutschig. Willst du mich verarschen? Lass mich hoch. Oh, sprich doch mal gescheit, Junge. Was machst du überhaupt? So. zu viel Objekte auf dem Bildschirm. Oh Gott. Geh sterben, Junge. Ich habe gesagt, geh sterben. Bruder, Junge. Assi. Assi. Alter. Oh Gott. Renn. Renn. Nimm's Bier. Da kommt schon der lustige Weihnachtsmann. Er möchte dir... sein Ding hinter... hintern jagen. Lalalala. Lalalala. Haha. Weihnachtsmann erschossen. War immer mein Kindertstraum. Yay. Yay. Au. Meins. Ich habe gesagt, meins. Vorsicht Sirax, heiß Ja, natürlich, ich konnte ja nicht mehr springen Nachdem ich getroffen wurde Weil der selber dann einen kleinen Hüpfer macht, sobald er getroffen wird So Kennen wir überhaupt noch gar nicht die Stages wirklich an Ja, hab ich euch noch nie gezeigt So Sirax schlau Stimmt Good on Wie's wirst du es wirst, wirst du es abfegt euch doch Warum mach ich das eigentlich nochmal? Ah ja Alter, warum triffst du mich? Ja, töte mich Wir haben ja jetzt über 20, wir haben ja jetzt grob 20 Versuche In meiner Vorstellung sah das anders aus Äh Äh Äh, Ficken Bravo, Sirax Es wird doch in meinem Traum bleiben, nicht wahr? Ah Ich hab noch eine Rechnung offen Oh, Fick dich Oh Gott Oh Gott Alter Es klappt Sag dir der Typ Sag dir der Typ Und start gleich Aber so geht's Aber so geht's So geht doch Fünf Alter Ja, ist klar Scheiße Okay Okay Aber so ist eigentlich auch machbar Herr Nachbar Nachbarinchen Ich krieg gleich ein Kind Ich krieg ein Kind Ich krieg ein Kind Und ein Säpfchen Ich spring doch mal Aber ich wär Ich wär sowieso runtergefallen Ach komm Ich hab doch euren Santa Claus Doch bloß in den Spikes geahnt Was habt ihr denn dagegen? Wollt er gleich runter Oh Achtet doch mal auf den Bildschirm Ein Let's Player, der nicht auf den Bildschirm achtet Ist einer Rechter Oh Guck, guck Oh Ich werd hier verrückt Ich krieg hier Kinder Ich krieg hier Kinder Ich krieg hier Kinder Als Mann Ja, spring rein Aber überlebt Überlebt So viel dazu Der hat auch so eine Nikolaus-Todes-Wütze, ey Und ich habe die Skills zum Playen, ey Ey, Mann Jetzt bin ich da schon dreimal reingesprungen Was? Waus? 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 Ja, haha Okay, fairball Nein, da dreimal und da Auch dreimal ітиeth Assi! Oh Gott Den kriegen wir Kommt, feuert mich an Alter Der trifft mich immer am Anstrengen Ja, ich krieg sein Penis in mein Gesicht Ist das widerlich Oder was ist das? Geisterschwanz Ich bin besser Ich habe einen Penis Alter, fick dich Oh Gott Wow Wow Warum hat der Der hat mich gar nicht getroffen, der Wichser Jetzt habe ich mich selber getroffen Ja, ist klar Alter Geht's Geld Fuck Nein Ich bin doch so nah dran Diesen kleinen Bastarden Den Hintern zu versohlen Ja, natürlich Über diese erotische Lampe Jetzt wird er schneller Und tötet mich Mit seinem Penis Alter, willst du mal im Einziehen? Alter, das hört sich so falsch an, Serax Hör auf Das tut einfach bloß weh Weitaus mehr als der Schlager Stören Fick dich, Junge Ist es ein Junge Ah Ah, Scheiße Ey, das finde ich Beschissen Ich erhebe Einspruch auf diese Kacki Kacki Müll Stage Ha Bin dein Schwanz ausgeblieben Ist das Ich will nicht sterben Nein Serax Du bist wirklich lustig Sag dir der Zuschauer Der einen Verblöden Aten Anschau dir Alter Wie oft willst du mich noch Penetrieren Wollte ich sagen Ja Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Ja Mann Ja Leck doch meine Nille 32 Tode Ey Das muss man auch mal kriegen So ein Bastard von einem Boss Ey Ah Leute Ich nehme mir mal 5 Minuten Pause Und dann geht's zum nächsten Part Tja Ciao Ciao Und auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal